Das übertrifft sogar meine Erwartungen. Ha! Mein Genie ist wahrlich beeindruckt. Das heißt nur, dass du dich verrechnet hast. Das sehe ich als Misserfolg. Ha! 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 Erwartungen zu übertreffen sind der ultimative Erfolg. Das musst du doch verstehen. Für den Mini-Sonic aus einer anderen Dimension bist du ganz schön recht. Aber der Egg-Ragrin hat nur 10% seiner Kampfstärke verloren. Das wird sich bald herausstellen. Hm, es wäre keine Herausforderung, dich hier zu verdichten. Früher oder später ist der ganze Widerstand dran. Warte nur! Untertitelung des ZDF, 2020